Machst du SOS-Bug oder soll ich machen? Mir ist egal. Kannen wir beide einen raushauen? Nein, das hat er abgegeben gesagt. Holen wir mal unsere Waffen und dann machen wir die SOS-Bug gleich. Die ganze Galaxie verlässt sich auf ihre Hilfe. Nichts darf der Freiheit im Weg stehen. Das kannst du glaube ich nur du, ich habe keine SOS-Bug. Okay. Setze SOS-Bug ein. Das heisst wir müssen jetzt eigentlich einfach einen Dekan suchen. Ja. Südosten sieht gut aus. Das ist auch so ein Sendeturm oder sowas. Aber da vorne im Nordwesten ist auch irgendwas. Westen, ich würde Westen sagen. Das ist ein riesengroßer roter Fleck. Das könnte gut sein, dass es da ist. Aber wir haben nachher schon noch, also wir haben zwölf Minuten Zeit den kaputt zu machen und danach ist der Weg oder was? Das ist die Mission gescheitert, wenn wir es nicht schaffen, denke ich morgen. Morgen. Noch 10 Minuten für die Mission. Ich glaube das ist er. Das war er wahrscheinlich nicht. Nein. Da unten ist doch irgendwas angezeigt. Soll ich einfach mal suchen gehen? Ja. Ah, hier ist was Grosses, aber ich weiss nicht ob das lebendig ist. Das ist so wie ein... ...Pilz oder so irgendwas. Kann das ein Viech sein? Ah, hier ist auch was Grosses. Das ist gross und gepanzert. Autsch. Man kann das Cup eine Gerne angeben? Nein. Okay, jetzt geht's알 động. Oh scheisse, ich kann nicht stehen bleiben, damit ich ein bisschen üben kann. Aha, Witze, wer denkt noch überrannt? Ich glaube ohne Railgang. Ohne Railgang bekommst du die grossen gar nicht geknackt? Was meinst du? Ohne Railgang bekommst du... Das war ein Haube von außen. Was meinst du? Zum Dicken. Ich glaube nicht, dass der das ist. Möch... 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 Okay, der schläft, aber es scheint wirklich nicht der zu sein. Möch... 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 Ah. Der Abflug steht bevor. Ah, super. Ich spawne direkt vor den Füssen von dem. Bang, weg. Aber der Schild hilft dir auch schon bei diesen, oder? Das hilft schon gut, ja. Vordere Verstärkung. Hefte des Verstärkungsbudgets verfügbar. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde ausgeschickt. Oh, das ist nicht so gut. Überzerstörer verlässt, Verstärkungsbudget ist aufgebraucht. Evakuierungsshuttle im Erdnabend. Das ist ein wenig Demokratie. Keine Ahnung, wo der Scheisskäfer ist. Der Tote will uns die Wesen sein, solange wir Helden haben, die kämpfen können. Sinnloser Sob. Meinst du, das andere wäre eher möglich, als wir jetzt noch als zweite Mission hätten? Keine Ahnung. Weil das ist ein bisschen sehr heftig, finde ich. Naja, und vor allem wenn du nicht weisst, wo du suchen musst, muss man zu wenig Zeit. Ich habe eben die Hoffnung gehabt, ich renne wie ein Gestörter umher und finde den vielleicht. Der Galaktische Krieg braucht sie. Aber die Taktik habe ich nicht wirklich gehauen. Soll ich mal schauen, was das zweite war? Ja. Ja, guck mal. Äh, wo sind wir? Aha, das ist jetzt gescheitert. Dann ist das jetzt vorbei oder was? Oh. Oh. Operation Fehlgeschlagen. Versuchen wir es woanders. Oh, okay. Ja, gut. Werd. Ja, muss ich sagen, geh jetzt langsam ins Bett. Du meinst du, dass mit dem Gelben irgendwas, wo wir Erfolg haben könnten, ist es eher gering? Ja, kommt auf die Mission dann drauf an. Wenn du sowas suchen musst und wenig Zeit hast, ist es halt schwierig. Operation Fehlgeschlagen. Versuchen wir es woanders. Aber zu zweit sind die noch möglich schon, ja. Aber die schwere auch schon abgeschlossene Leine. Zwar ohne Rückkehr, aber wirtschaftlich. Also es hat einfach Geostudie und äh... Wertvolle Daten beschaffen. Ich kenne beide Missionen. Ja. Was meinst du? Also für mich ist, glaub ich, heute verarmt. Okay. Jetzt ins Bett gehen dann, ja. Ich hab gemeint, wenn du grad sagst, du kennst eines, wo... zu zweit einfach wär, relativ. Aber ich will dich ja nicht ernötigen, oder? Ja, bis zum Morgen dann wieder da. Ja, ich denke schon irgendwann, ja, ja. Ja, dann können wir ja dann da nochmal. Ja gut, dann vielen Dank und schlaf gut, dann... hört man, liess man sich wieder. Ja, dann schlaf auch gut. Tschau. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Scheinen sich die Server zu erholen langsam, hm? Geh mal dorthin, mal schauen, vielleicht ist da irgendwas, wo ich ein bisschen helfen kann, oder... ... ... ... ... ... Verstöre im Geschwader Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde mich hier mal im Spiel muten, weil... Ach, ich habe zu früh losgelassen... Warte... Hä? Ich kann mein Zeug nicht kommen lassen... Ich weiss nicht warum... Ich glaube die haben wirklich massive Serverprobleme... Entweder hat der Host hier einen scheiss Ping oder... Äh? Ich habe das jetzt mehrmals hingeworfen... Passiert nichts... Boden-Scan-Daten erhalten... Erzader-Position verifizieren... Ich weiß nicht was man... Hier... Ich habe so eine Mission noch nie gemacht... Keine Ahnung was man hier machen muss... Ich habe die Körbe von der Oberfläche... Ich weiß nicht, was aber rein ich bin... Nimm weg! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich laufe jetzt denen mal einfach nach. Was ist das? 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 Ich glaube auf diesem Planet war ich auch noch nie. Was ist das? 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 Die kaputten Armen kann ich nicht befreien! Hüft dich du dann! Geh anschaue! Geh anschaue! Greif du dann! Er kommt dann nicht auf dem Kopf. Das ist ein Scheiss! Die Strecke kann ich nicht aufmacht! Ich kenne das nicht! Ich bin auch so glücklich! freiheit für immer Ah, Mist, Scheisse. Renn mal zum anderen hin. Ich hoffe, er erwischt mich jetzt nicht. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Erwitte Geschütz! Schicke einen Adler rein! Erwitte Orbitalfeuer! Volk auf die Vorabschicht! Letzende Probe gesammelt! Schicke einen Adler rein! Schicke einen Adler rein! Rechte Sache, Adi! Ich bin merkwürdig, als er schwebt mehr als er läuft. Hat so etwas gepugelt! Letztes Nachladen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin am Terminant! Da komm ich nicht durch am Döhn, ha? Magazin leer! Letzte Nachladen! Der lebt doch noch, ha? Ich bin am Terminant! Erbittergeschützt! Erbittergeschützt! Geschütz unterwegs! Wir benötigen ein Geschütz! Ich bin am Terminant! Erbittertaktik vorliegen! Ein Schritt vorwärts! Ich bin am Terminant! Ich bin am Terminant! Ich bin am Terminant! Vielen Dank.